Der erste Schritt, um Lager zu wechseln, besteht darin, dass man diesen Clip auf der Bodenseite entfernt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, und es funktioniert tatsächlich, dass man einen USB-Stecker benutzen kann. Dieser USB-Stecker hat unten genau die Breite, die es braucht, um diesen Clip zu lösen. Man schiebt diesen USB-Clip gegen die Öffnung des Spreizwinks, deckt mit dem Finger unter der Hand ein bisschen ab, damit das Ding nicht in der Gegend herumfliegt, und schiebt gegen den Clip. Der Clip fällt ganz bestimmt ab. Dann hat man den Clip. Und jetzt vielleicht ein Tipp, deshalb habe ich hier einen Scotch. Ich mache mir dann immer ein bisschen Scotch, nehme das Trinken und klebe es auf die Motordocke. Somit geht es nicht verloren. Und jetzt können wir diese Glocke abziehen. Genau, hat ein bisschen Herz. Die Magnete sind stark. Und somit ist der erste Schritt zum Lagerwechsel verendet. Valendet. Und jetzt ist es nicht so, dass wir die Glocke abziehen.